Hallo bei Phil's Philosophy. Mir geht es jetzt um die Frage, was heißt nicht-narzisstische Versöhnung mit unlösbaren Fragen? Dabei steht Philosophie gegen Ideologie. Die Antwort Schritt 1, unlösbare Fragen erleben wir oft als eine Schwächung des Ichs und da geht es schon in Richtung narzisstische Problematik. Wir planen, wir entscheiden, wir geben Auskunft, wir wissen Bescheid, wir können die Dinge einschätzen, wir kennen uns aus, wir wissen, worauf es ankommt, wir können Orientierung geben, wir kennen uns, wir wissen, wer wir sind. In all dem erfahren wir unser Können und wir erfahren uns als stark, doch dann, wir wissen nicht, weshalb es uns überhaupt gibt. Wir haben keine Ahnung, zu welchem Zweck es die ganze Welt gibt und weshalb alles so ist, wie es ist. Und wir können nicht richtig entscheiden, ob unsere Art zu leben die richtige ist. Wir können nicht Auskunft geben über den Sinn unseres Lebens. Wir sind ratlos und können die grundsätzlichsten Fragen oft nicht beantworten. Und in all dem erfahren wir so etwas wie unsere Ohnmacht und erfahren uns als schwach. Schritt 2, um unser Ich zu stärken, neigen wir dazu, uns mit unlösbaren Fragen narzisstisch zu versöhnen. Was soll das heißen? Unser Ich wird gestärkt und Identität wird dabei gewonnen, indem zunächst ein Bild des Ganzen entworfen wird oder meist übernehmen es wir von anderen. Eine Weltanschauung. Von diesem Bild wird so dann die Bedeutung unserer Rolle in diesem Ganzen abgelesen. Das ist die Struktur der narzisstischen Versöhnung. Zunächst zeichnen wir uns ein Big Picture, ein Weltbild vielleicht von allem, meist übernehmen wir es. Und das erklärt dann meist alle offenen Fragen. Beispiele, das System einer Religion, das alles erklärt und regelt. Ein politisches Weltbild, zum Beispiel Marxismus. Ebenfalls wird da auf fast alle Fragen eine Antwort offeriert. Ein wissenschaftliches Weltbild wie die Evolutionstheorie ist auch ein Beispiel. Oder eine wirtschaftliche Großtheorie, zum Beispiel der freie Markt, regelt alles. Und dann zeichnen wir uns in dieses Big Picture ein. Unter lauter Unwissenden sind wir die, die Bescheid wissen, die die richtige Weltanschauung haben. Und wir haben Recht. Wir sind die Avantgarde zum Beispiel und spielen eine Schüsselrolle. Wir sind besser als die anderen. Und das tut gut. Das stärkt unser Ich. Schritt 3.1, ein Beispiel für diese Figur, nämlich Ideologie. Da wiederum ein erstes Beispiel, der oder die selbstgerecht religiös Gläubige. Sie weiß, wie und weshalb die Welt erschaffen wurde, kennt die Rolle des Menschen im Plan Gottes, befolgt alle Gebote und macht alles richtig, weiß, dass die Naturwissenschaft Unrecht hat. Es fühlt sich gut an, im Recht zu sein. Ein anderes Beispiel, der die selbstgerecht wissenschaftlich wissend ist, also jetzt einfach das Gegenteil, weiß auch, wie, weshalb die Welt erschaffen wurde, nämlich durch Zufall, Urknall, kennt die Mechanismen der Evolution, beachtet die Gesetze der Evolution im Alltag, zum Beispiel Survival of the Fittest, weiß, dass sich die Religion irrt, durchschaut alles, fühlt sich gut an, im Recht zu sein. Und ein drittes Beispiel, der die selbstgerecht die Gesetze des freien Markts kennende, weiß auch, wie und weshalb die Welt und die Gesellschaft so funktioniert, wie sie funktionieren, kennt die Rezepte des Erfolgs, zum Beispiel, sei originell, glaub an dich selbst, steh früher auf, arbeite härter, und so weiter. Weiß, dass sich der Sozialismus zum Beispiel irrt, mit dem schönen Satz, it's economy stupid. Es fühlt sich gut an, im Recht zu sein. Das waren drei Beispiele für eine narzisstische Versöhnung. Und ein weiteres Beispiel auf einer eigenen Folie jetzt, das ist die selbstgerechte Lebenskunst. Da habe ich ein Beispiel aus der Literatur. In seiner Erzählung Zuckererbsen lässt Bernhard Schlink seinen Protagonisten, der Beziehungen zu drei Frauen gleichzeitig führt, eine Art selbstgerechte Lebenskunst in einem inneren Monolog formulieren. Und er sagt, Zitat, dieser Protagonist, ach, man muss sich gut gehen lassen, damit man sich daran freuen und dazu beitragen kann, dass es anderen gut geht. Und selbst wenn man nur sich selbst glücklich macht, mit jedem Quäntchen Glück, das in die Welt kommt, wird die Welt ein glücklicherer Ort. Mit dem eigenen Quäntchen ebenso wie mit dem Fremden. Denn es hört sich irgendwie richtig an und doch ist es nicht ganz richtig. Der, die selbstgerecht sich lebenskünstlerisch optimierende, ist nun auch ein Beispiel für die narzisstische Versöhnung. Er weiß, wie die Welt funktioniert, kennt die Ziele des Lebens, beachtet die Regeln des Erfolgs. In dem Fall, lass es dir gut gehen, sorge für möglichst viel Lebensfreude. Er weiß, dass sich die Zweiflerinnen und Melancholikerinnen irren. Es fühlt sich gut an, im Recht zu sein. Das war also das Beispiel selbstgerechten Lebenskunst. Eine Zusammenfassung dieser Figur der narzisstischen Versöhnung, die beschriebenen vermeintlichen Stärkungen unseres Ichs, können in Anlehnung an einen Gedanken von Paul Ricoeur auch narzisstische Versöhnung, nämlich mit dem unverstandenen, bedrohlichen Ganzen, genannt werden. Das Narzisstische besteht offensichtlich darin, dass das Subjekt die Schlüsselfigur des Ganzen ist, sowohl, weil es sich als Autor des Big Picture in dessen allmächtiger Erklärungskraft spiegelt. Also etwas von dem Glanz dieser Weltanschauung fällt auch auf dieses Subjekt zurück. Aber auch, weil es in der Welt, so wie sie sich gemäß dem Modell darstellt, eine Schlüsselrolle spielt, etwa für die Verbreitung dieser richtigen Weltsicht, für den Fortschritt und so weiter. Der Versuch der Selbstbegründung, so kann man die narzisstische Versöhnung auch nennen, besteht hier in der denkerischen Welt- und Lebensbewältigung, in dem Glauben, das Ganze zu verstehen und gemäß diesem Verstehen über das richtige Handeln zu verfügen. Zusammenfassend, das ist der Weg der Ideologie oder der schlechten Philosophie oder schlechten Theologie. Der Weg der guten Philosophie, der guten Theologie ist es, entweder nicht versöhnt zu sein und sozusagen die Wunde, die die Welt auch darstellt, auszuhalten, oder aber nicht narzisstisch versöhnt zu sein mit den unlösbaren Fragen. Und dieses Zweite möchte ich jetzt näher vorstellen, die nicht-narzisstische Versöhnung. Wie gelingt sie? Beispiel 1, die der bescheiden oder demütig religiös Gläubige, indem der gläubige Mensch die Sünde des Gerechten, das ist die Sünde der Selbstgerechtigkeit, entdeckt, verlässt er die Ethik des Verdienstes. Indem er den unmittelbaren Trost seines Narzissmus verliert, verlässt er jede ethische Weltanschauung. Also es geht nicht mehr um die selbstgerechte Leistung, die den Gläubigen hier sozusagen gut dastehen lässt. Das wäre jetzt so zu formulieren, der oder die bescheiden oder demütig religiös Gläubige verabschiedet die Gewissheit, ich habe Recht, denn ich kenne die Wahrheit. Ich bin besser als andere, denn ich befolge die Gesetze. Er sie verabschiedet alle narzisstische Stärkung und Erhöhung des eigenen Ichs. Stattdessen, das ist jetzt ein Beispiel aus der Bibel, aus dem Neuen Testament, Stattdessen betet er etwa zu Gott, Gott sei mir Sünder gnädig. Das ist das Gleichnis vom Pharisäer und dem Zöllner. Der Pharisäer sagt, danke, dass ich nicht so schlecht bin wie der Zöllner. Der Zöllner sagt, Gott sei mir Sünder gnädig. Und Jesus sagt, so sollt ihr beten und so sollt ihr glauben, nicht selbstgerecht. Gute Theologie und gute religiöse Praxis ist also das Gegenteil von Ideologie. Schritt 4, ein weiteres Beispiel, die der bescheiden, demütig, wissenschaftlich Wissen, denn das war ja das Gegenbeispiel zu dem religiösen Beispiel. Hat sich unser seelisches Leben per Zufall in der Evolution entwickelt? Oder ist es in einer irgendwie gewollten göttlichen Schöpfung entstanden? Der Philosoph Thomas Nagel plädiert hier in dieser Frage für einen bescheidenen Standpunkt. Er sagt, Zitat, ich würde darauf wetten wollen, dass der gegenwärtige Konsens, was zu denken, richtig ist, also zum Beispiel über die Entstehung mentaler Eigenschaften in der Evolution, in einer oder zwei Generationen lachhaft wirken wird, denn wir werden neue Erkenntnisse haben. Wir sollten unser Nichtwissen geduldig aushalten. Das ist die Message von Thomas Nagel. Der, die bescheiden, demütig, wissenschaftlich Wissende, verabschiedet die üblichen Gewissheiten. Ich habe Recht, denn ich kenne die Wahrheit. Ich bin besser als andere, welche zum Beispiel die Erklärung seelischen Lebens aus Zufall kritisieren. Stattdessen nimmt er den philosophischen Standpunkt ein und der ist bescheiden. Wir verfügen über keine Wahrheitsgewissheit, sondern suchen selbstkritisch miteinander nach Wahrheit. Gute Philosophie, gute Theologie, sie sind das Gegenteil von Ideologie. Zur Take-home-Message achten wir mal darauf, wo wir selbst dazu neigen, unser Ich scheinbar zu stärken, in dem wir Gewissheiten aus Weltbildern und Ideologien ziehen und uns narzisstisch versöhnen, religiös, politisch, wissenschaftlich, wirtschaftlich oder auch lebenskünstlerisch selbstoptimierend. Es fühlt sich so gut an, alles zu durchschauen und von den unlösbaren Fragen nicht beunruhigt zu werden. Und versuchen wir stattdessen mal, einen bescheidenen oder auch demütigen Standpunkt einzunehmen und uns so gut es geht, nicht narzisstisch zu versöhnen mit den unlösbaren Fragen. Nein, wir wollen diese Fragen nicht ideologisch auflösen. Ja, wir wollen unlösbare Fragen lieber aushalten. Und ja, im Nichtwissen sind wir Menschen einander ganz nah und sind solidarisch. Darauf kommt es an. Die ideologischen Wahrheitsgewissheiten dagegen entfernen uns voneinander. Sie schützen uns scheinbar, narzisstisch, entfernen uns aber voneinander. Achten wir mal darauf, unsere Solidarität im demütigen Nichtwissen macht uns miteinander stark. Ideologische Sicherheit bringt uns eher gegeneinander auf. Was heißt nicht narzisstische Versöhnung mit unlösbaren Fragen? Ich habe euch versucht, einige Aspekte zu beleuchten und ihr denkt unbedingt weiter darüber nach. Bis zur nächsten Frage bei Phil's Philosophy.